Das Doppel-Lurensum-Prinzip Das Doppel-Lurensum-Prinzip Ich mache eben Marketings-Abteilungsarbeiten, ich esse Pistazien und zu dem Weihnachtsmann in seinen Bad beißen, dieser Trick wird nur geschrieben, damit ich wieder Bargeld verbrennen kann, kein Scherz Ich esse wirklich Pistazien Kram, ich hole mir kurz mehr Flasche Wasser Wie Sitzcreme vom Profi und wie ein Leichenbestatter bin ich jemand, der deine Mutter meistens tot sieht Außerdem bin ich der, der selbst in Afrika zwei Scheiben Brot kriegt, die er auf den Boden wirft Um sie dann zu verbrennen, deine Familie ist wie Kompetenznetzwerke, jeder hat zwei Accounts um Beziehungen, die er im realen Leben niemals führen könnte Dort mit sich selbst zu führen, kannst du jetzt bitte den Teig verrühren, nein Ich kann mich nicht rühren, bevorzuge allerdings regionale Schlüsselanhänger und ich bin wie ein Vietnameser, einfach und ohne Rüssel, Strandgänger, das ist wie abgelaufene Milch Anfänger, du bist auf dem Niveau von Serien-Junkies und ich bin McTraumfleiß Der Typ, der die Medien anzieht, man kann auch sagen, ich bin der Der Ladies nackt am Strand, sieht deine Mutter fastet mehr als Gabriel und trotzdem ist sie fett Du, fieser Sichelkönig Höhe auf zu weichten, sonst erschlägt dich die Tupperware deiner eigenen Nummer im Bett Ist das hier die Hook? Nein, es ist besser als eine Hook Okay, jetzt wird aufgemuck Du bist sehr geil und auf den Boss gelockt Nenne mich Sergi, das ist nichts, was mich juckt J-E-J, ich steh unter Druckt Bett, denn wer McTraumfleiß nicht kennt Hat den Sinn für die Realität verloren, nett Du denkst, das gibt keinen Sinn, wie ein Serum ohne Schrimps, nenn mich einfach Ventilatorenhersteller, ich hab mir gerade die Nase an der Flasche gestoßen Der Teller, das ist kontroverser als Tanzschulen in Hintergründen, denn ich reibe mich manchmal mit Wachs ein und dann springe ich im Kreis Wir antgruppen in Indermünden, das war der T-Sat 2 Du witz Du wirst wie Kika daheim gefickt, wie ein Notstromaggregat im Mittelalter, zurück in die Zukunft am Tisch Das wird schlimm Die Benachrichtigte im Jugendalter, du siehst die Küchenrolle und bist geschockter als nasskalte Buchhalter, als dieser Track erschien Gab's mehr wie Vergleiche, wie in Wien, das ist JBG2, nur besser und ohne Bart, wie Vergleiche Ich vergleiche, wie Vergleiche, wie Vergleiche, mit wie Vergleichen Dad, ich bin nochmal dran, wie Schwarz-Weiß-Filme Ist das hier die Hook? Nein, es ist besser als eine Hook Okay, jetzt wird aufgemuckt Du bist sehr geil und auf den Boss gelockt Nenne mich Sergei, das ist nichts, was mich juckt J-E-J, ich steh unter Druckt Bett Denn wer Meg Traumfleiß nicht kennt Hat den Sinn für die Realität verloren Nett Gott bl screws Gott bl Vielen Dank.